Hallo zusammen und willkommen zurück zu Minecraft Sky. Weiter geht's heute mal ohne Skin, wie man sehen kann. Warum ist das manchmal so? Also ich habe gerade noch meinen Skin gehabt und auf einmal komme ich aus dem Portal raus vom Twilight Forest. Ich habe auf einmal meine Fleischhand in der... Fleischhand in der Hand? Habe auf einmal eine Fleischhand und anstelle meiner andersfarbigen Hand. So, auf jeden Fall, ich war gerade im Twilight Forest unterwegs, weil ich habe was vorbereitet. Ich habe ja den Zauberstab letztes Mal angefangen, beziehungsweise nicht zu Ende geführt und ich zeige euch jetzt mal der Worn-Sinn. Also man fängt im Grunde mit diesem super einfachen Stab an, dann geht es weiter mit den Gold Bandit Great Wood Wand, kann man zum Beispiel machen. Dann habe ich ja den Thaumium Boss Silver Wood Wand gemacht und teilweise habt ihr recht, die sind nur zum Craften, damit kann man keine Sachen zaubern. Genauso wie der hier, das ist der 150er zum Craften, aber mit dem 150er zum Craften und dem super geilen Equip hier unten, weil die Brille brauche ich auch noch, da gibt es nochmal 5% Rabatt auf Verzauberung. Und kann man diesen, seht ihr das? Seht ihr diesen Superstab? Kann man diesen Zauberstab machen und das ist, glaube ich, mitunter der beste, den man haben kann, gerade zum Sachen machen. Und ich sehe gerade, der hat 6 Attack Damage, geil. Manche haben auch geschrieben, ich kann anstelle von Nodes aussaugen auch einfach Monster töten, klappt. Problem ist aber, wenn ihr 250 voll machen wollt, habt ihr ja nicht nur 250, sondern 100, ne gar nicht, 1500. Und das dauert ein bisschen, deswegen ist die beste Variante einfach in Twilight Trolls reinzugehen. Ich weiß nicht, kann man das hier zeigen. Set Dimension 2, ne, kann man nicht. Sonst hätte ich euch mal eben den Twilight Trolls gezeigt, der hat jetzt Unmengen an Nodes. So, und ich muss sagen, mein Mikrofon piepen ist wieder aufgetaucht. Ich werde mir jetzt irgendwie, keine Ahnung, nochmal mein ganzes Equip vornehmen, dass wir das mal endlich wegbekommen. Eventuell hole ich mir dann auch ein ganz anderes Preamp. Wenn da eine Ahnung von euch hat, schreibt es mir bitte in die Kommentare, was man da nehmen kann. Das ist das Mikrofon SM7B Schuhe und vielleicht für dieses Mikrofon passend irgendeine andere Scheiße. Vielleicht ist mein Preamp auch kaputt. Ich habe da so rumgestellt und nichts geht. So, was steht heute an? Heute würde ich ganz gerne ein paar Nodes holen und hier auf eine Insel planten. Zudem ein Pedestral Bound für die Zauberstelle, wo man die so reinhängt. Das muss ich, glaube ich, allerdings noch erforschen. Wir gucken mal ganz kurz in Thaumanomicon. Und nächste Folge machen wir, ich glaube, eine andere Fraktion hat die zwar schon gemacht, aber ich möchte die trotzdem haben, einfach weil ich die cool finde. Und zwar die, wo sind die denn jetzt? Hier, die Fokis. Einmal ist der sehr interessant. Und die vor allen Dingen, die kann ich mal eben hinklatschen bzw. hinbauen. Gerade das finde ich eigentlich ganz cool, dass man nicht, egal mit welcher Art von Minecraft-Modifikation, durch die Wand kann, weil man kann nicht durch die Wand. So. Wand Foki und den Foki-Pouch brauchen wir natürlich auch noch. Aber das ist später. Jetzt machen wir es nach Folgendes. Und zwar brauchen wir einmal den Wand Recharge Pedestral. Warte mal kurz. Habe ich da schon die Note rausgenommen? Nein. Das heißt, ich brauche das Scribing-Tool und Paper. Und dann werde ich das ganze Ding mal eben erforschen. Also so nennt man das ja eigentlich auch. Äh, da. Tada. Und ich hoffe, es dauert nicht so lange. Oder ist, doch klar, es ist ein Monster-Rezept bestimmt. Oh Mann. Geht aber eigentlich. Ich mach das mal eben. So, hier im Moment fertig. Und meine Haare, die sehen immer schlimmer aus, glaube ich. Aber dafür wollte ich eigentlich nochmal ein Video machen. Voll gut. Kann ich den Heiko das kopieren? Obwohl, das braucht er nicht. Voll doof. So, zack. Wand Recharge Pedestral. Ähm. Und zwar wollte ich die, habe ich glaube ich schon mal erklärt. Ich wollte die mal ein bisschen länger wachsen lassen. Und dann gehe ich zum Friseur und sage, eine coole Frisur. Und dann sehe ich bestimmt aus wie vorher. Aber egal. Und dazu gibt es dann halt noch ein Special-Video. Und die glänzen so, weil die frisch gewaschen sind mit Glanz. Sollte ich eigentlich so ein Ding einblenden müssen. So, warte mal. Ich habe da jetzt was gemacht, oder? Ich habe diesen... Oh. This is storage. Nice. Compound Recharge. Fokus. Oh man, es gibt so coole Sachen. Egal, warte mal. Wir müssen halt erst mal das bauen. Oh, das ist ja easy. Nein, das ist nicht easy. Primal Charm brauchen wir dafür. Primal Charm ist scheiße. Haben wir noch so ein Chart? Bitte, bitte, bitte. Nein, wir haben nicht so ein Chart. Aber wir können glaube ich so ein Chart relativ fix machen. Da, ihr seht auch, ich habe ein paar Shards gesammelt. Aber das sind noch nicht alle, ne? Welcher fehlt denn da? Welcher Chart fehlt? Er, Chart, ne? Ach ne, der ist da unten. Lul. So, dann brauchen wir noch Water. Ein bisschen Water muss... Haben wir nicht. Äh, äh. Bucket. Oh, ich glaube, oben ist was undicht. Ich nehme nochmal Erde mit. Earth. So. Ah, Erde. Alter. Das heißt doch Dreck, Mann. Ja, ich weiß. So. Jetzt machen wir folgendes. Jetzt sehen wir hier mal ein bisschen was raus. Und gehen wir oben zu dem Kessel, der natürlich noch richtig scheiße aussieht. Und die, ähm, Destillerie haben wir jetzt hier stehen. Eigentlich wollte ich das Ganze im Livestream nochmal schön bauen. Problem ist aber, heute ist kein... Also, heute ist ein Livestream ab 19 Uhr. Aber, ähm, von Another Break in the Mall. Also, wer das ganz gerne mal gucken möchte, im Livestream, Fragen stellen möchte und irgendwie andere Scheiße erzählen möchte, kann ganz gerne online kommen. Ich werde da mit Rat und Tat zur Seite stehen. So, warte mal. Kann ich das so machen? Also, früher, damals, als ich noch so war, da ging das eigentlich. Da hat man von jedem einen Chart rein. Ich probiere es jetzt aus. Ja! Holy shit! Das ist so viel geiler, als die andere Kacke, die wir vorher gemacht haben. Aber vorher hatten wir nicht genug Charts, auf jeden Fall. Dankeschön! So, ich lasse den Rest mal da drin brodeln. Oh, falsch rum! Und wir sind jetzt da auf der Ebene. Also, oben soll so eine Thaumcraft-Abteilung hin. Ihr seht auch gleich, da ist eine neue Insel entstanden, plötzlich. Äh, die war auf einmal da. Jetzt brauche ich noch Gold. Gold. Und dann müssen wir mal gucken, dass wir das ganz zügig hingefrickelt kriegen. Weil, das ist echt geil! Das hätte ich ganz gerne da oben stehen, diese Folge. Und man muss wirklich darauf achten, wie die Reihenfolge ist, meine ich. Immer diese vagen Aussagen. Air, Fire and Water. Okay. Wo haben wir da? Air, Fire and Water. Und jetzt gucken wir mal da unten. Das Grüne fehlt noch. Der Entropy und der Ordo-Shard fehlt noch. Die sind falsch angeordnet. Tauschen wir die mal. Nein, so rum. Auch nicht. Tauschen wir die am Rand mal. Auch nicht. Tauschen wir die nochmal. Und dann die nochmal. Nein, auch falsch. Okay, wir gucken nochmal rein. Das ist so blöd, ne? Earth, Order and Entropy. Finde ich voll blöd. Earth. Ja, war doch was. Okay, jetzt brauchen wir 25. Krass. Warte mal, wir ziehen aber mal unsere Bastelrobe an. Das ist voll ein guter Name dafür. Da kriegen wir nämlich Discount. Heute billiger. So, jetzt kostet das schon mal immer noch 25. Äh, war... Ah, hier haben wir sowieso Discount drauf. 69 Prozent. Da haben wir schon mal 100. Wir nehmen aber trotzdem mal die. Einfach. Weil das einfach ist. Da haben wir ihn. 22,5. Sehr nice. Primal Charm. So, und jetzt können wir Pedestral bauen. Dafür brauchen wir, glaube ich, nur ein normales Pedestral. Oh, haben wir sogar nur Arcane Pedestral. Dann brauchen wir einen... Also zwei Diamanten. Und nur 16.000. Boah, ist das viel, Alter. Ah ja, genau. Fällt mir gerade nochmal ein. Ganz, ganz wichtig. Ich habe ja gesagt, dass ich ein neues Projekt plane. Und dass es dazu dann eine Website gibt, wo man sich dann drauf bewerben kann. Beziehungsweise einen Platz, wo man dann einstellen kann oder beziehungsweise anklicken kann, als Kanal bewerben. Tut mir den Gefallen, bewirbt euch nicht vorher mit irgendeiner Scheiße. Weil, das blöde ist, das spamt natürlich alles voll. Und ich gucke natürlich jetzt nicht erstmal mein Postfach durch und nachher das Bewerbungspostfach. Also ihr müsst schon auf das Bewerbungspostfach warten. Ich bin schon fast gewillt zu sagen, dass jeder, der sich über die normale Adresse oder irgendwie anders bewirbt... Hä? Ah, ne, ist das Arcanfusion oben? Oh, Scheiße. Okay, gehen wir hoch. Ähm, wer sich über die normale Adresse bewirbt, dass der dann quasi sofort ausgeschlossen wird. Weil, ähm, dafür ist das ja, dass man quasi so eine Adresse hat, wo man sich bewerben kann. Und nicht einfach so, ja, ich spame den jetzt mal zu, ich darf schon mitmachen. Weil so klappt das auf keinen Fall. Aber, Mann, deswegen möchte ich euch da wirklich bitten, wartet, bis das da ist. Ich meine, klar, viele freuen sich dann drauf, dass man da mitmachen kann. Aber, äh, und Plätze, ich überlege gerade. Plätze sind da, ich glaube, 16 freie Plätze sind da am Start. Und ganz wichtig, ihr solltet ein paar Abonnenten haben. Also jetzt kein Kanal, der gerade erst aufgemacht worden ist. Ein Kanal, der ordentlich aussieht. Ein Kanal, der Playlists angelegt hat. Eine vernünftige Startseite hat. Und, ähm, schon mal das ein oder andere Minecraft-LP gemacht hat. Zusätzlich sollte der Kanal noch aktiv sein. Beziehungsweise aktiv gewesen sein in letzter Zeit. Weil das soll jetzt kein Projekt sein von wegen, Oh, ich wollte schon immer mit YouTube anfangen. Das ist die beste Variante. Also es soll schon irgendwo, ähm, Wiss schon, wie ich das meine. So, warte mal. Auram, Permutitudiu und Paratintantudu. Warte, Auram, wie viel Auram haben wir denn? Vier, Mann. Jetzt können wir noch ganz vier Auram sammeln gehen. Nein, Scheiße. So, das kommt dahin. Warte mal, in der Mitte kommt das Pedestral. Ja. Und ich glaube, was war das andere noch? Ein Gold oder so? Ja, ein Gold. Da kann ich aber hier hinstellen. Ich muss da nicht so aufbauen, wie es da steht. So, ich... Hä? Ach so, weil ich auf den Flaschen rumlaufe. Okay. Äh, was brauchen wir jetzt noch? Jetzt brauchen wir Auram, Permutatio und Präsentatio. 15, 15, 10. Den komischen Kreis brauchen wir 15. Metallum. Ja, aber. Gut, Damen. Auram haben wir zu wenig. Nehmen wir mal mit. Pump. Muss ich auch noch automatisieren. Perditio. Ah, Präsentatio. Warte mal, wie viel brauchen wir davon? 15 Mann müssen wir nur mitnehmen. Präsentatio mitgenommen. So, warte mal, jetzt müssen wir hier ein bisschen was kochen. Und zwar brauchen wir Auram und Präsentatio. Ah, guck mal. Da war jetzt Präsentatio drin. Das ist gerade auch irgendeine andere Scheiße. Irgendwann hat die Kessel mal leer. Boah, wenn das automatisch ist, ist das so cool. So, wir brauchen jetzt Auram. Oh Mann, warte mal. Ich glaube, in den Charts ist das auch drin, oder? Auram. Nein, da ist kein Auram drin. Bitte, wo ist denn Auram drin jetzt noch? Ich brauche Auram. Bitte, gib mir Auram. Warte, wir gucken mal ganz kurz. Ich suche jetzt mal alles zusammen. Bis gleich. So, mal eben in der Hölle gewesen. Ein bisschen Essenz geholt, weil daraus kriegt man dieses Auram. Ich habe jetzt nochmal die Mobfarm umgebaut, weil diese Wisp sind immer da hängen geblieben. Und ich glaube, wenn die da nicht mehr hängen bleiben, sterben die ganz gut. Und werden quasi diese Essenzen in mein ME-System bringen, beziehungsweise ins Lager bringen. Wie man es auch schon gesehen hat, teilweise. So, warte mal, wir brauchen jetzt, wie gesagt, ganz viel Auram. Dafür braucht man diese Essenzen. Präzentatio haben wir, glaube ich, schon genug. 14. Und ich glaube, hier ist irgendwo noch genug drin. Genau, hier an der Stelle. Da ist noch dieses Vicolus drin. Aber das kann weg. Tera auch. Tera kriegt man ja relativ schnell, indem man irgendwie Erde oder so brät. Ähm, Essentia. Jetzt haben wir hier drin auf jeden Fall schon mal 22. Damit kommen wir auf jeden Fall schon mal weiter. Er ist hier noch drin. Er könnte man rausnehmen. Muss man aber nicht. Irgendes ist auch noch drin. Und ansonsten haben wir, glaube ich, alles raus. Oder ist hier noch irgendwas im System? Ähm, ich glaube nicht. Ne, ist alles gut. So, jetzt mal. Ich muss hier dieses... Wie gesagt, das wollte ich eigentlich im Livestream machen. Aber heute gibt es another break in the ball. Und was witzig ist, ich habe ja, wie schon tausendmal erwähnt, ich habe ja im Livestream eine Switch verlost. Zweimal jetzt schon. Problem ist, die Gewinner melden sich einfach nicht. Also entweder guckt keiner in seinen Twitch-Podstag oder keine Ahnung. Aber sollte der sich bis Sonntag nicht gemeldet haben, werde ich in dem Minecraft-Livestream am Sonntag um 19 Uhr, werde ich dir unter allen vorhandenen und anwesenden Subscribern verlosen. Weil so kann es ja nicht gehen. Ich kann jetzt noch 20 Mal irgendwie eine Verlosung starten. Und wenn der dann immer noch nicht da ist, keine Ahnung, ist das total kacke. Weil eigentlich wollte ich ja auch schon eine Playstation Pro verlosen. Ah, ne, die kommt das nächste Mal. Okay. So, aber jetzt würde ich mal sagen, brauchen wir noch einen Zauberstab, um das Ganze da oben zu aktivieren. Activating. So. Da ist auch, glaube ich, egal, was für einen Zauberstab. Hauptsache man kann einfach rechts klicken. Oder kann man einfach nur rechts klicken. Das wäre lustig. Ich glaube, ich habe jetzt alles zusammen. Warten wir, wir kontrollieren nochmal. Wir haben Gold. Wir haben zwei Diamanten. Wir haben den Pedestral in der Mitte. Und wir haben Präzentatio. 23 Auram haben wir. 22. Und was war das andere? Oh nein, da fehlt noch was. Boah, das wäre jetzt fast in die Hose gegangen, Alter. Dieses im Kreis drehen der Permutatio. So, endlich haben wir alles zusammen. Jetzt haben wir einmal Dertio. 16 Stück. 15 brauchen wir. Dann haben wir hier noch ein bisschen Peditio abgezweigt. Und da haben wir noch ein bisschen. Und zwar Vakus. Vakus. So, jetzt können wir starten, hoffentlich. Und wir müssen diesen Altar gut im Auge behalten. Weil manche ploppen halt Sachen runter. Die müssen wir dann direkt mehr drauflegen. So, los geht's. Achtung. Charge Pedestral. In wenigen Sekunden bereit. Vielleicht. Das ist ja explodiert alles, Mann. Den müssen wir halt noch ein bisschen stabiler bekommen. Weil die mehr... Also man kann noch Kerzen aufbauen. Noch mehr Köpfe. Und ich glaube noch andere Sachen. Dann wird der halt immer stabiler. Oh, er zieht sich alles rein. Okay, jetzt kommt der Diamant. Das Primal Charm. Das teuerste von allen momentan. Und der andere Diamant. Jetzt sind wir fertig. Charge Pedestral. Das ist sehr, sehr geil. Und ihr seht schon, hier ist eine neue Insel. Oh Mist, da fehlt noch die Brücke. Oh mein Gott. So. Und hier soll dann so ein kleines Gebäude drauf, wo dann gecharged wird. Dass man hier so rüber kann. Das sieht eigentlich von unten auch ganz gut aus. Die Insel ist halt normal geinselt worden. Von allen Seiten. Ich muss nur mal gucken, wo. Ich glaube hier. Hier oder da. Ja, auf jeden Fall irgendwo auf der Insel. Weil ich glaube, die Nodes sehen auch nochmal relativ viel Platz weg. Aber wir packen es einfach mal hier hin. Weil jetzt kann man hier seinen Zauberstab hinpacken. Oh yeah. Und wenn da halt Nodes drum sind, dann wird er halt gecharged. Vielleicht kann man den auch zum Beispiel an der Mob-Warm machen. Als Beispiel. Dann stellt man den zur Mob-Warm. Und dann müsste der eigentlich auch gecharged werden. Sofern von den Grindern die Mobs auch diese komischen Dinger fallen lassen. Von den anderen Dingern halt. So, weiter geht's. Jetzt brauchen wir noch einen Node-Stabilisierer. Ich weiß gar nicht, ob man den wirklich braucht. Oder einfach nur, dass der cool aussieht. Block of Quartz, Arkans, Stonebrick, Nitor und Gold. Können wir aber so bauen, ne? Ja, bitte. Okay. Block of Quartz. Da. Dann brauchen wir noch Nitor. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal gemacht. Oh yeah. Dann, ähm, Arkane Stonebricks. Sind nur Stoneblocks momentan. Aber wir machen mal ganz kurz. Ja, 16 Stück, glaube ich. Ich glaube, wir machen 16 Stück. Und Gold. Gold haben wir auch am Start. Jetzt habe ich nur das Rezept vergessen, Mann. Scheit, dass man das nicht auch einfach Shift-Clicken, also Shift da reinklicken kann. Oh, und Pisten noch. Oh, lolololololololol. Gar nicht gesehen, Alter. Alter, was ist denn da los? Das ist eine Pisten noch mal. Richtiger Dummkopf. Ja, wie bauen wir denn? Erstmal drei Stück, oder? Eins, zwei, drei. Fällt mir gerade mal ein. Drei Stück, ne? Ich weiß gar nicht, wie viel Zeug wir haben zum Basteln. Oh yeah. Warte, bringt das überhaupt was? Ich ziehe immer meine andere Anz... Oder ist das nur, wenn ich so von Hand zauber, dass ich dann, ähm... Ich glaube, ja, das ist nur, wenn ich von Hand zauber. Das ist ja total blöd. Wenn ich von der Hand zauber, dann geht es los. Okay, da ist zu wenig drauf. Guck mal nochmal hier. Auch zu wenig drauf. Aber jetzt kommen die guten Zauberstäbe. Der ist natürlich noch nicht ganz voll. Ne, warte, jetzt hat der 150er. Alter. Nehmen wir den Hunderter. Eins, zwei, drei. Drei Node-Stabilisierer. Das ist echt geil. Weil wenn wir jetzt eine Node holen, dann können wir die da drauf stabilisieren. Oh, warte mal. Wenn ich das quasi anhabe und dann weniger brauche beim Zaubern... Können wir direkt ausprobieren. Müsst ihr das nicht in die Kommentare schreiben. Ich check das mal eben. Warte, was brauchen wir denn noch generell? Wir müssen jetzt loslaufen so und dann brauchen wir den großen Zauberstab. Weil die Kleine kann es nicht. Ja, jetzt brauchen wir eigentlich... Also am besten wäre, wenn wir einmal alle Aspekte haben, die wir so brauchen. Ich habe mir ein paar Notes markiert. Ich zeige euch das mal eben. Werde dann allerdings... Oh, warte mal. Wir brauchen noch Material, um die einzupacken. Weil so funktioniert es leider nicht. Denn wir brauchen Glas. Yeah. Und wir brauchen Slaps. Das ist eine A mit B. Lul. Okay, warte mal. Dann haben wir den am Start. Heute wird aber ein schnibbeliges Video, ne? Weil man überlegt, wie viel Zeit hier zwischendurch durch ist. Das macht auch nicht jeder. Das ist geil. Weil keiner mehr mitspielt. Da hat auch vier, fünf Leute spielen noch. Aber dafür ist ja das neue Projekt bald am Start. Nein, warum gehe ich hier rein? Bin ich dumm? Ich will nicht in die Hölle. Ich wollte hier hin. Boah, jetzt hast du voll geleckt gerade. Krass. Finde ich doof. Also ich finde... Okay, kann man nichts dagegen machen. Aber man kommt halt immer... Oh, zum Glück. Eine Platte getroffen, wo nichts gewachsen ist. Aber ich glaube, die spielen auch nicht mehr, oder? Nee, nee. Also ich glaube, PvP-Events kommen auch nicht mehr und so. Guckt mal auf die Karte. Das ist echt der Wahnsinn. Ich habe hier ein paar Nodes markiert. Und das geht bei weitem schneller, als wenn ich Monster töten würde. Weil ich kann hier einfach da hinlaufen und die holen. Beziehungsweise einen Zauberstab aufladen. So, wir werden jetzt erstmal Folgendes machen. Wir werden jetzt erstmal eine Note einpacken. Und wir werden versuchen, die Notes einzupacken, dass sie die Basics haben. So haben wir immer einen vollen aufgeladenen Zauberstab. Und deswegen fangen wir hier an bei der ersten Note. So, markieren. Und da gehen wir mal hin. So, bis gleich. Da ist zwar nicht viel drauf, aber von jedem etwas drauf. Und das ist mir halt wichtig. Also, gucken wir mal, was ich da markiert habe. Das ist schon voll lange her. So eine Stunde. Eins, zwei, drei, vier. Okay, gehen wir hin. So, schauen wir mal, was ich hier markiert habe. Wie komme ich da überhaupt hin? Ich habe irgendwo ein Loch gegraben, glaube ich. Warte mal, da ist die Note. Ah, da ist das Loch. Sehr gut. Ab geht's nach unten. Okay. Okay. Wie ihr seht, da ist nicht viel von jeder Sorte drauf, aber auf jeden Fall schon mal fünf Aspekte. Im Grunde fehlt uns dann nur noch Ordo. Und dann hätten wir theoretisch alles. Und jetzt müssen wir die erstmal freischaufeln. Ich mache mal ganz kurz meine Nachtsicht an. Wer weiß, was hier noch rumlungert. So, jetzt muss man, also jetzt braucht man ein bisschen Platz, um den Zauber hier auszuführen, beziehungsweise Bilder drumherum zu bauen, damit man den Zauber ausführen kann. Wir brauchen jetzt auf jeden Fall einen Glaskasten, weil die muss jetzt in eine Flasche eingeschlossen werden. So, und klar, da braucht man erstmal die Flaschenform in grob jetzt. Und wir müssen noch eine höher gehen. So. Es kommt da noch Glas hin, da noch Glas. Und jetzt müsste eigentlich nur diese Oakwooden Slabs da drauf. Und dann haben wir zumindest schon mal unsere erste Note im Gefäß. Im Glas. So. Und wenn ich jetzt mich umziehe noch, hoffentlich geht das. Und dann den Zauberstab benutze. Los. Ich habe extra alles aufgebaut. Oder ist das Problem, weil hier noch was dran ist? Probieren wir eben aus. Oh. Oh mein Gott. Das war geil. So. Also muss ich von der Seite klicken, nicht von oben. Jetzt haben wir die eingepackt. Jetzt müssen wir die... Oh Mist, wie baut man die nochmal ab? Scheiße. Weil wenn ich die kaputt schlage, ist die... Warte. Ich will die nicht... Ich will die nicht wieder öffnen. Weil das hatte ich schon mal. Dann wollte ich die abbauen und habe einfach das Glas kaputt gemacht. Und dann war die wieder da. Also dann stand die wieder da. Das will ich jetzt vermeiden. Äh. Warte. Und dann macht man mit Shift-Rechts-Klick die frei und wir können die einfach abbauen. Boah. Boah. Oh. Alter. So viel Geschiss für nix. Wir müssen natürlich einmal die Dinger hier löschen. Edit Marker. Wie kann ich den löschen? Kann ich entfernen? Oh. Man kann entfernen drücken. Geil. So. Jetzt brauchen wir im Grunde nur noch eine Ordo... Ähm. Wie nennt es sich? Note. Da ist zum Beispiel Ordo Perdizio. Ist da hinten noch. Wir können jetzt aber gucken, dass wir nochmal so eine gute Note finden. Wo viel drauf ist. Also ich hab die wie gesagt hier alle markiert, was da drauf ist. Ignis Thera Perdizio. Ignis Perdizio mit Ausdruckszeichen. Weil die ist wohl super Perdizio. Weil die so viel hatten. Aber irgendwo war jetzt noch eine Vierer Note. Warte mal. Da. Stück erstes Ziel. Gehen wir da hin. So. Holen wir uns die nächste. Aber ich würde mal sagen, ich hol die jetzt mal. Und dann sehen wir uns zu Hause wieder, wenn wir die dann aufstellen. Weil das Holen habt ihr jetzt gesehen. Ich hab jetzt erstmal nur zwei Notes geholt. Weil ich zu wenig Glas mit hatte. Ich dumm Kopf. Ähm. Macht aber nix. Weil da ist genug drin, um die Zauberstäbe zu laden. Also ich kann jetzt gleich den großen da reinstecken. Und wenn ich dann wieder online komm, ist der halt immer voll. So können wir im Grunde alle Notes holen. Und so haben wir im Grunde genug. So. Jetzt müssen wir die Notes da draufstellen. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man wirklich Stabilisierer braucht dafür. Aber es sieht einfach sehr, sehr cool aus. Wenn da einer richtig Ahnung von hat, können wir ganz gerne mal reinschreiben. Ob das vonnöten ist oder nicht. So. Warte mal. Da ist jetzt Perdizio und Ordo drauf. Und da ist jetzt alles andere drauf. Also zwei, vier, sechs. Wir haben eigentlich jetzt alle Sachen. Und wir können theoretisch noch zwei Notes holen mit dem super krassen Zauberstab. So. Jetzt fährt er aus. Ist das nicht geil? Wow. So. Jetzt sind die stabilisiert in dieser wunderschönen Abteilung drin. Und wenn ich den jetzt da hinlege, dann zieht der sich voll, ohne die Notes kaputt zu machen. Das ist sehr, sehr cool. Und rein theoretisch würde ich fast schon sagen, wir bauen uns noch mehr Pedestral. Weil wir haben ja noch den Crafterstab. Das ist ja der hier. Und das ist ja halt der große Superzauberstab. Und dann kann man die so nebeneinander da drauf tun. Und ihr seht schon, der ist gleich sogar schon. Ah ne, gar nicht voll. Ist übertrieben. Aber der hat jetzt schon teilweise über 150. Und zieht jetzt immer nach und nach die Sachen leer. Lässt immer einen drin. Und wenn einer generiert wird, zieht er sich das wieder rein. So. Auf jeden Fall haben wir jetzt un... Kann ich wieder einen Titel schreiben. Unendliche Aspekte auf dem Zauberstab. Und den nächsten Zauberstab, den es soweit gibt. Jetzt können wir anfangen, den anderen Kram zu bauen. Weil jetzt haben wir so die Grundvoraussetzungen geschafft. Und können jetzt anfangen, sag ich mal... Das Ganze dahinten zu automatisieren. Hier eine Brücke hinzubauen. Das hätten wir vorher nicht geschafft. Also kommen auf jeden Fall noch ein paar coole Sachen. Also, wenn es euch gefallen hat... Und die Folge ging jetzt echt lange. Ohne Witz. Mit dem Schnitt jetzt natürlich nicht. Aber wenn es euch gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Und ihr seht... Oder wir sehen uns heute Abend im Livestream, wenn ihr Another Break in the Mall sehen wollt. Und ansonsten gibt es Sonntag wieder einen Livestream. Ab 19 Uhr. Bis dann. Tschüss.